Gute Frauen verdienen es, gut behandelt zu werden und das wird praktisch über deine Aufmerksamkeit kommuniziert, das wird dein Value, deinen Wert durch die Decke schießen lassen, wenn du einer guten Frau, weil sie Gutes gemacht hat, deine Aufmerksamkeit zuteil kommen lässt. Das wird sie süchtig machen nach deiner Anwesenheit und sie will mehr davon, mehr von deiner Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wenn du mit einer guten Frau unterwegs bist, hängst du auf gar keinen Fall die ganze Zeit an deinem Handy, machst einen auf Mr. Wichtig und fokussierst dich auf andere Menschen. Nein, für die Zeit, wo du mit ihr unterwegs bist, machst du sie zu dem Zentrum deines Universums und dieses Gefühl musst du ihr geben können, dass sie wirklich das Zentrum deines Universums sein kann und dann wird sie süchtig danach werden und dann hast du auch diesen Punkt gemeistert, weil das wird sie wahnsinnig machen.